Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 2216 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das sind die Ergebnisse künstlicher Intelligenz. Es ist wichtig, darüber zu diskutieren, ob das wirklich so ist. Das sind die Ergebnisse künstlicher Intelligenz. Es ist wichtig, darüber zu diskutieren, ob das wirklich so ist. Das sind die Ergebnisse künstlicher Intelligenz. Es ist wichtig, darüber zu diskutieren, ob das wirklich so ist. Ich prüfe, ob wir das gewünschte Medikament kurzfristig beschaffen können. Ich prüfe, ob wir das gewünschte Medikament kurzfristig beschaffen können. Meine Schulferien verbringe ich bei meiner Oma. Wir sind uns einig. Gemeinsam schaffen wir es. Ich habe erst jetzt entdeckt, dass es auch spezielle Hautpflegeprodukte für Männer gibt. Wir sind uns einig. Heute begleite ich dich. Morgen kannst du alleine gehen. Wir sind uns einig. Heute begleite ich dich. Morgen kannst du alleine gehen. Im Tennis schlägt mich so schnell keiner. Ich spiele in der ersten Liga. Im Tennis schlägt mich so schnell keiner. Ich spiele in der ersten Liga. Im Tennis schlägt mich so schnell keiner. Ich spiele in der ersten Liga. Das Kreuzfahrtschiff liegt im Hafen von Amsterdam. Das Kreuzfahrtschiff liegt im Hafen von Amsterdam. Die Industriekletterer arbeiten an einem modernen Gebäude im Freien. Die Industriekletterer arbeiten an einem modernen Gebäude im Freien. Bettys Kinn wird mit einem kosmetischen Gerät gestrafft. Bettys Kinn wird mit einem kosmetischen Gerät gestrafft. Bettys Kinn wird mit einem kosmetischen Gerät gestrafft. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Auf jeden Fall schmeckt der Kaffee in unserem eigenen Restaurant am besten. Auf jeden Fall schmeckt der Kaffee in unserem eigenen Restaurant am besten. Wenn Kinder spielen, können sie sofort in eine ganz andere Welt eintauchen. Wenn Kinder spielen, können sie sofort in eine ganz andere Welt eintauchen. Wenn Kinder spielen, können sie sofort in eine ganz andere Welt eintauchen. Ich bin verzweifelt. Ich wurde von der Firma gefeuert und mein Mann hat eine Freundin. Was soll ich machen? Ich bin verzweifelt. Ich wurde von der Firma gefeuert und mein Mann hat eine Freundin. Was soll ich machen? Schon als Kind habe ich gerne im Laden meiner Eltern mitgeholfen. Schon als Kind habe ich gerne im Laden meiner Eltern mitgeholfen. Heute bin ich Inhaberin der Firma. Ich bin die Gründerin dieser Firma. Mit 18 Jahren habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet. Entweder ist das Geschenk zu groß oder der Einkaufswagen ist zu klein. Entweder ist das Geschenk zu groß oder der Einkaufswagen ist zu klein. Ich hatte meine Trinkflasche vergessen, aber Nadine hatte eine zweite dabei. Ich hatte meine Trinkflasche vergessen, aber Nadine hatte eine zweite dabei. Die Zahnpflege ist sehr wichtig und sollte mehrmals am Tag durchgeführt werden. Die Zahnpflege ist sehr wichtig und sollte mehrmals am Tag durchgeführt werden. Die Zahnpflege ist sehr wichtig und sollte mehrmals am Tag durchgeführt werden. Lasst uns jetzt gemeinsam diese große Pizza genießen. Lasst uns jetzt gemeinsam diese große Pizza genießen. Die Flagge Kanadas zeigt ein Ahornblatt. Die Flagge gibt es seit dem 15. Februar 1965. Der Kauf eines Eigenheims ist für viele Menschen die größte Anschaffung im Leben. Der Kauf eines Eigenheims ist für viele Menschen die größte Anschaffung im Leben. Dieses Haus macht mich fertig. Überall ist Unordnung. Dieses Haus macht mich fertig. Überall ist Unordnung. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Die ich, den ged�ke mich. Das macht mich gut. Wenn es nicht viel, ist, ist ein wenig. Ich bin mir gut. Ich bin mir gut.